Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Miami Shark, vorgestellt von Morse Land. Yeah, Miami Shark. Und im Grunde geht es in diesem Spiel einfach nur darum, dass man einen kleinen Hai spielt und mit dem alles mögliche tötet in Miami. Was will man mehr? Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Ich habe eine Runde schon gespielt und ich wollte es euch einfach auch mal zeigen. Hier, wir sind also Shagidagi. Dann können wir hier die ganzen Taucher einfach auffressen. Und da oben können wir dann zum Beispiel auch einfach... Ja, genau. Können wir einfach alles töten. Hier die schönen Delfine, obwohl die viele normale Lieblingstiere sind, die fressen wir auch einfach alle mal auf. Ihr dürft keinen Spaß haben, vor allem nicht in Miami. Ich fress dich auf, du blöder Helikopter. Ja, und so geht das dann die ganze Zeit weiter und wir töten einfach ganz Miami. Ja, Shark Attack. Und natürlich kann man dann auch noch hier so einen Privatjet einfach mal runterholen, denn diese ganzen VIP-Leute, die mögen wir nicht. Wir hassen VIP-Leute. Oder? Die wollen uns schon aufhalten mit ihren komischen Arwen. Aber uns kann keiner aufhalten, denn wir sind Shagidagi. Wir sind Shagidagi. Shagidagi. Auf jeden Fall ist das so richtig schön bescheuert, dieses Spiel. Und deswegen liebe ich das so sehr. Ja, wie blödes... Blöder Flug. Boah. Schau runter. Dankeschön. Eine B7, die 7. Warum nicht? Kann man mal machen. Schön, das Flugsack runtergeholt. Und du mit deinen blöden... ...Diwarzeug hier. Alles blöd. Ich hasse... Ich hasse solche Leute, die sich sowas seißen können. Alles. Was? Space Shuttle einfach nochmal getötet. Warum nicht? Kann man mal machen. Diese ganzen blöden Yachten sind auch voll blöd. Ich hasse alles. Ich bin schließlich ein Hai. Ich muss... Ich muss fressen. Ich hasse... Ich hasse Miami. Ich war noch nicht mal in Miami, aber ich hasse trotzdem Miami. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nichts ist sicher von mir. Nicht mal so ein... Was ist das für ein Ding? Komisches Flugzeug. Aber dich holen wir auch mal runter. Eine Beluga. Was auch immer eine Beluga ist. Aber haben wir auch schön... Schön getötet. Alles schön töten. Oh, was ist das denn da oben? Ja! So viel... Oh, Chicken. Ich mag Chicken. Alles meins. Da denkt man nichts Schlimmes. Es ist einfach nur am Strand von Miami. Und da kommt dann plötzlich ein Hai. Und tötet dein... State Mode Schiff. Naja, gut. Ein B2. Nix ist von mir sicher. Ah ja, das Spiel ist auch Newgrounds, wenn ihr das auch mal spielen wollt. Link ist natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und ich fand's beim ersten Mal sehr, sehr witzig. Oh, das war's auch schon. Ja. Das ist... Das ist ein super geiles Spiel. Äh. Mal gucken. Vielleicht sind wir ja sogar... In den Top 1000. Aber wahrscheinlich eh nicht. Ja. Ich wollte euch das nochmal ganz kurz zeigen. Das ist ein kurzes Spiel. Äh. Wie gesagt. Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr auch Miami-Leute töten wollt. Und dann viel Spaß damit. Bis dann. Vielen Dank.